Hola chicas, wir sind wieder in dem Spanischen Gebiet. Ja, ja, San Andreas, ja, ja, GTA, ja, 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 was für ein Fettsack. Tram, weißt du, was geil gewesen wäre? Einmal habe ich ja vergessen, die Tonspur aufzunehmen. Und wenn du einmal vergisst, die Aufnahme aufzunehmen, dann können wir die Tonspur, die wo keine Aufnahme hat, mit der Aufnahme, die keine Tonspur hat, verbinden. Also vor Kuppeln. Gebt Rocketman ein. Nee, das ist kein Polizist. Rocketman. Handy, Handy. Andy hat ein Handy. Und das Andy. Wer hat nochmal ein Handy? Nein, du musst hier diese, zack und zack. Ah, das ist ja bies, ja. Wo muss ich hin? CV, oder? Nee, BS war meins. Ja, aber geh mal, CV ist Lowrider. BS war das eine. BS wie BBS. 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 Oder wie heißt das? BBS im, nee. BBS. Heiland, zack, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vergiss auch nicht, dass wir, du musst aussteigen. Das ist wie ein Fahrzeug. Ja? Also nicht. Ah! Oh. Vergiss auch nicht, du bist in der Aufnahme, ne? Hey, bin ich in der Aufnahme? Nee, in der Zunahme. Hahaha. Was ist das? Nee, in der Zunahme. So, wir fahren jetzt zum Vier-Eck. Ja, ja. Ja, ja. Oh, sexy light, yeah. Oh, je, oh, je. Oh, je, oh, je. Ich töte die Männer, die stehen hier rum. Weshalb gucken die so dumm? Habt ihr das gerade gesehen? Alter, wie Smaug einfach nur am Arsch ist. Mann, ey, an was liegt das? Ah, Mann, ey. Blutschießen die auf mich? Ich bin hier der Boss. Blutschießen die Männer, wir sind ja viel besser. Alter, das ist mal geil. Loser! Loser! Alter, der macht sich kaputt. Alter. Hilder. Ja, den können wir nicht zerstören. Oh, da. Das ist ne Schut. Komm! I know a way out, up past Grove Street. The old sewer tunnel. Aw, man. Watch out back. Alter. Es ist mehr fight. Episch. Das sieht echt episch aus mit dem Lastwagen. Das sieht episch aus. Es gibt gleich was zu futtern auf dem Kutter. Und glatt. Ja, super. Super, wenn es glatt. Aber der will nicht runter von seinem Mobil. Dann hol denn doch einen runter. Dann hol doch einen runter. Ah je, Leute. Wir sind krank. Wir sind echt krank. What the fuck. Und Restgummibärchen futtern wir morgen. Pass auf, von hinten. Wir füttern die Gummibärchen von hinten. Oh, unser Bike. Oh ja. Am besten gehen wir nicht. Hä, so jammer. Manchmal macht es wieder bang. Warum? Ja, weiß ich nicht. Weil es wahrscheinlich nicht gewünscht ist. Wart mal. Hä? E? Ja, nee. Das war nicht wegen... So jam. Das war einfach, weil die uns halt zweimal getroffen haben. Ich mag das nicht machen. Soll ich's machen. Es nervt mich. Du fährst da hin und machst das und ich baller dann. Ich baller dann so wie am Ballermann. Okay, ich nehm dem Types Auto weg, weil der sowieso aussteigt. Alter, der hat einen Spaten. Und der guckt auch noch ziemlich freundlich. Oh, neu von Green Pasta Punch. Top 18 verstörende Spielzeuge. Das wird geil. Wo müssen wir nochmal hin? CV, gell? Mach doch Rocketman. Wie bist du eigentlich mit dem zurechtgekommen? Gut, oder? Nee, BS. Wieso immer CV? Ich versteh's nicht. Irgendwie fühlst du dich da angezogen. Ich lauf mit dem einfach. Vielleicht kann ich da ja auch fliegen. Das ist ja so cooler. Und vor allem schneller. Ah, okay. Jetzt runter. Runter in die Unterwelt. Runder und rauf. Du kannst Farben überspringen. Wo macht man das jetzt nochmal? Du guck einfach mal alle Tasten. Scheiße, ich hab ihm die Hosen geschissen. Das ist ehrlich. Nein, du witz. Scheiße, ich hab ihm das echt zutraut. Ja. Nein, das gibt's nicht. Aber es hat sich gut angehört, ne? Mhm. Scheiße, ich hab in die Hosen. Genauso Bär. So fangen wir den anderen Bär dann. Jetzt dicht. Scheiße. Ich hab mich verfranst. Du bist ja nicht... Da sitzt einer drin. Du kannst nicht das Auto wechseln. Du musst mit dem Auto fahren. Alles gut. Alles gut. Ich trifft mal ums Eck. Alter, war das geil. Scheiße. Was glaubst du, wie geil dieser Bart wird? Also du darfst ran. Nee, du musst deinem Haus ballern. Ich baller, sobald du auf Moped bist. Das im Haus kriegst du ja hin. Da musst du ja kein Motorrad beschützen. Jetzt echt? Ist das geil. War's 3.000? Kostet das Ding. Kostet neuer Arbeiter bei mir 3.000 Luger. Du hast schon Sex, gell? Ja. Nee, ich hatte noch kein Sex. Der ist gut, ne? Der ist genauso gut wie... Scheiße, ich hab mir die Hosen geschissen. Das ist der Brunner des heutigen Tages. Scheiße, war das geil. Geht's echt? Alter, sind alle streuen wie wohl Geburtstags-Kisch. Da hast du die schon aufgemacht. Nicht aus einer Geburtstags-Truhe kamet neun verschiedene Sachen. Minderstens. Wenn nicht sogar zehn. Ach so, doch, die hab ich schon aufgemacht. Doch, doch. Voll krass, Mann. Ich hab nur zwei... Bei mir gab's nur mal 20.000 mal 30.000. Ja, bei mir auch. So, jetzt. Aber das können wir mal ausprobieren, ob Hesu-Jang funktioniert, wenn der Balken da ist. Ja, also, mach mal. Der fährt ja von alleine. Hesu-Jang, ich krieg' ein Kramp. Hesu-Jang. Ich krieg' gleich Hanf und danach bekomm' ich nen Baden-Krampf. So, und jetzt gleich die Leute, die da sind. Da. Ach so, ja, tatsächlich. Die hassen dich nämlich. Ich hab' gedacht, die lieben mich. Also, ich liebe sie. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich... Ja, das liegt an Hesu-Jang. Es liegt an Hesu-Jang. Wir hätten das vielleicht ein bisschen später ausprobieren sollen. Nee, wenn man... Hätten wir ja noch mehr weg gehabt. Jetzt wissen wir, dass es dann... Man darf nicht Hesu-Jang eingehen. Also, gut. Man kriegt zwar einen Haufen Geld, aber... Aber das Leben schwindet, ne? Das heißt, wir verkaufen praktisch unser Leben. Für Apple und ein Ei. Ei, ei, ei. Ach so, wir nehmen ja heute noch ein Royal Revolt-Part auf. Ich fahr auf. Aha, aha, aha. Und jetzt so, ja, like it. Aha, aha, aha. Scheiße, meine Hände werden kalt. Muss man ne Bettflasche machen. Ja ne Flasche im Bett. Hast du das gemacht? Das können wir auch nicht doppelt, was ich deuten. Ja natürlich. Also da kam ja meine doppelte Bedeutung. Definitiv doppelt so schnell als deine doppelte Bedeutung. Und größer wie ein Doppeldinger. Größer als Doppelde. Bist du schee? Wir könnten versuchen in den einzusteigen. Bist du blöd? Das geht nicht. Wenn du das hinkriegst, bist du schlecht. Das wird nix. Nein! Du Aare! Das wäre so geil gewesen, wenn du einfach da reingesprungen wär. Du warst ja schon viel zu weit weg, man. So, nochmal. Ne, ne, nicht nochmal. Doch, wenn der Kopf probiert es nochmal aus. Das tust du nicht. Du kriegst ja nie mal das hin. Du kriegst ja nicht nochmal das hin. Wir machen so viel Scheiß. Der Preis ist heiß. In der Scheiße drin. Oh, da ist es ja schon. Der Preis ist heiß. Und du bist ein Scheiß. So, jetzt vibriert mein Handy. Gleich, wenn so viele Nachrichten kommen. Als YouTuber bekommt man immer Nachrichten, gell. Hm. Meistens immer Hiobs Botschaften. Warum Hiob? Oh, Hiob, Hiops. Hups, Hups, Hups. Hups, Hups, Hups. Hups, Hups. Bunny, ne? Ein geiles Bunny. 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 El Bundy. El Bundy. El Bundy. El Bundy. Und Adolf Gandhi. Adolf. 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 Ich hab ne... Alles klar, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas, ich gib Gas. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich bin so Gras. Ich bin so Gras. Du machst es jetzt komplett. Wtf? Wtn dit hier ist die auch Ärztin, oder was? Wie klar ist die Ärztin? Ashley Justine Figer ist Ärztin. Alter, von uns ist die Hälfte in der Klasse in der Erkrankten und Gesundheitspflege. Scheiße, ey. Also. Ja, du musst erst noch im Haus ballern. Ja, ich baller auch im Haus. Nie aus. Wow. Sag bloos, du bist auch in der Alten oder Krankenpflege. eih-ey... Eieieieieie ie$hh. Eieieieii... Eieieieiieieiyei... Naja Bitter drauf! Wieso springt der immer so? Hat denn eine Hüpffeder? Das ist eine Hupftohle. Geh mal Hesse-Yam ein, bevor wir aufs Motorrad steigen. Und ich gehst ein. Nein, geh mir nicht Hesse-Yam ein. Ja, da explodiert doch nichts, du Scherzkeks. Wir haben doch genug Leben. Aber keine Schutzweste. Egal, wir lassen's lieber, das geht sonst schief. Zehnmal Hesse-Yam, zehnmal Tod, nullmal Wasser reicht. Hesse-Yam ist nur ne Lüge. So, it's time for you. Mal kochse. Oh, yes! That's my drink. Fuckin' Asshole. Then you drink, doing stink. So, machen wir danach nochmal Cola oder... Machen wir danach nochmal eine Cola auf oder ist der dann ab? Guck nach hinten. Äh... Nach hinten gucken. Das ist stilwürdig. Stil los, nicht stilwürdig. Guck, ich bin halt der Pro. Das ist doch ein Scheiß, den kriegen wir nicht tot. Ha, 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 ha. I'll never do this public reputation. Denn der heißt Bernd, das braucht. Guck da nach links. Da ist dann jemand, der schießt doch von daher. Ja, aber die einen, die waren auch da. Achso, da war ja noch einer. Der hat sich gut versteckt. Unser Bike ist heil. Oh. Doch. Das bisschen... Das bisschen ist dein Tod. Oh, Lisschen, noch ein bisschen, bisschen. Gibt's auch so ein Lied. Guck nach hinten. Schieß auf die Reifen. Schieß überhaupt nirgends hin. Scheiß dahin. Nee, ich pisse dahin. Scheiß Boiler Plus. Das ist der Scheiß Boiler Plus. Eigentlich hättest du schon längst getroffen. Aber hallo, eigentlich, eigentlich hättest du schon viel getroffen. Hätt ich nur nicht so viel Schnaps gesoffen. Hätt ich nur nicht so viel Schnaps gesoffen. Alles gut, Tramp. Ganz ruhig. Der hat ja eh... Ha! Der hat gar keinen Reifen mehr. Der hell gefährt. Jetzt sieht's viel, viel besser aus als vorher. Aber hallo. Aber man soll den Abend nicht vor dem Morgen loben. Was? Was? Was ist los? Man soll den Abend... Nee, man soll den Abend... Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich habe immer gedacht, das kackt jetzt ab. Was? Ich muss nur den. Ja, okay. Nicht, dass das noch ein Verbinder da ist. Guck nach vorne, verdammt! Wieso nach vorne? Deshalb. Habe ich vor allem Alten- und Gesundheitspflege geschrieben, oder? Gesundheit ist scheiße! Krankenpflege natürlich! Krankenpflege, ist gut gesagt. Gesagt, aber was anderes geschrieben. Wahrscheinlich. Oh, der Timer. Mach auf Zurücksetzen. Sehr gut. Dann bimmelt's nämlich nicht. Yes! Checky-chan! Checky-chan! Vielen Dank fürs Zusehen! Und bis zum nächsten Mal! Check the hat! Der motherfucker! So bad. So bad. So bad in the bad. So bad in the bad! Yeah, 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 yeah!